Yo, 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 meine Lieben, wir sind hier in einem Dungeon, Baby, 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 ja, Wolli, sind halt schon alle da, ich glaube es sind noch nicht alle da, wir sind in Azul Nerub, wir sollten alle da sein und wir machen mal kurz ein Tischlein, deck dich, bam, und hier kann ich auch eine Quest annehmen, oh, 5 Milliarden Quests. Und die nehmen wir mal gerade alle an, braucht jemand einen Tischlein, nein, braucht niemand einen Tischlein, wie es aussieht, dann gehen wir mal hier durch. Und dann machen wir mal direkt hier, bam, 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 bam. Genau, machen wir direkt hier mal unseren kleinen Scheiß an. Unsere Nummer 4, unser Blizzard, ist ja unser absolut liebster Zauberraum. Und den machen wir jetzt einfach mal. Wir müssen hier ein paar Eier klatschen. So. Und dann passen wir hier mal ein bisschen auf. So, zerstört, 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 zerstört. 5 von 6. Okay. Klatschen wir die auch nochmal. Okay. Okay, die sind alle platt. Ja, 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 ja. Machen wir die auch nochmal eben platt. Da, 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 da. Da, 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 da. Wir brauchen nur noch ein Ei, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ich bin ein bisschen desorientiert. Das Tor muss um jeden Preis geschützt werden. Zerfleischt sie! Machen wir nochmal hier gerade so ein bisschen Dings drauf. Mal wieder unseren Blizzard. Der gibt eigentlich schon ganz gut Schaden, der Blizzard, glaube ich, ne? Also Flächenschaden auf jeden Fall. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier noch so ein fucking Ei. Äh. Das ist das Reich der Geißel. Nur den Toten wird Einlass gewährt. Dem hauen wir jetzt einfach mal so einen in die Fresse. Frostblitz. Jetzt mit dem auf vier. Ich kann den Blizzard hier raushauen. Stultenplatte braucht man nicht. Aber ich brauche noch ein Ei. Haben wir hier noch ein Ei? Oder habe ich alle Eier? Ich glaube, ich habe alle Eier. Weil die sind auch alle hier nicht mehr... Ja. Ich glaube, ich habe alle Eier. Jetzt müssen wir hier runden. Nee. Nee. Oh, mein Elementar ist nicht mehr so ganz, ganz. Nicht mehr so ganz, ganz. Aber wir gucken jetzt mal, was hier passiert. Die werden ja jetzt wahrscheinlich hier, ähm... Dings so, ne? Wurde durchbrochen. Schnell. Ein Teil der Truppen muss sich um diese Eindringlinge kümmern. Das machen wir hier mal eben so. Ein Elementar wird ein kleines bisschen zerfleddert. Zalmalmar gerät in Raserei. Okay. Wir sind alle tot. Sehr gut. Dann gehen wir mal... Aha. Aha, aha, aha. So. Da ist die dicke Zicke. Das machen wir mal eben hier. Mit dem Frostblitz. Hadronox. Upsala. Ach so, die hatten ja auch eine ganze Scheiße da hinten dabei, ne? Warte mal. Machen wir mal eben so. Hauen wir die kleinen Wichstriffel da hinten mal weg. Hau. Also auf jeden Fall... Ah, ich bin festgefroren. Hau. So. Jetzt kann mich hier vielleicht mal jemand... Danke. Leder brauche ich nicht. Danke. Kann ich hier noch was looten? Nein. Anub Arak besiegt. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir hier runter und ich glaube jetzt gleich hier hinten links, wa? Nee, da müssen wir gar nicht runter. Wir müssen hier ganz runter. Ja, ich war jetzt schon ewig nicht mehr mit meinem Magier im Dungeon, ey. Aciol Neerup war ich auch schon 500 Jahre, glaube ich, nicht mehr. Da war ich ja letztes Mal mit meinem Jäger. Jetzt müssen wir hier runterpummeln. Ach so, die entkommen alle. Da brauchen wir gar nichts machen. Dann springen wir einfach nochmal hier runter. Ah nein, bitte nicht auf den Pilz fallen. Nein. Nein. Fup. Okay. Jetzt lass mich doch mal hier hoch, bitte. Tun wir mal eben hier. Und zwölf. Und zwölf. Wir porten uns mal kurz eine Runde nach vorne und dann sind wir auch schon da, ey. Das Dungeon geht echt so weit von flott, ne? Unglaublich. Wir haben Kiltia besiegt. Wir haben Hadronox besiegt. Und jetzt können wir die auch noch besiegen hier. mit dem Frostblitz. Ja, komm. Die zwei sind auch Geschichte. Perfekt. Kriegen wir noch ein bisschen Stöffchen. Jetzt müssen wir einmal hier, ja genau, in die Mitte des Kreises, weil hier zieht sich nämlich nachher so ein Teil raus. Dem hauen wir jetzt auch einfach mal so richtig Power rein hier. So, genau, jetzt kommen nämlich die ganzen, ganzen anderen Scheißteile ran. Oh, fuck. Müssen wir nur gucken, dass uns die Teile hier nicht aufspießen. So, genau. Weil die ploppen nämlich immer überall auf, aber du siehst das vorher, weil da nämlich diese komischen Dinger auch aufmöppeln. Und jetzt kommt der Dicke wieder hoch. Wieso macht man Elementar denn Hallo nix? Hallo? Ah ja, genau. Jetzt komm mal hier. Bam, Baby. Azzolnero. Juhu. Kette kann ich nicht gebrauchen. Ich mach mal hier dann auch immer, ähm, nicht Bedarf drauf. Ach, also nicht Bedarf drauf, sag ich schon. Nicht, äh, Dings drauf. Weil, ähm, ja, ich kann da zwar entzaubern, aber ich möchte halt nicht, dass die anderen hier irgendwie großen Nachteile haben, weil ich weiß halt nicht genau, wie die, äh, rum am Spacken sind hier. Was ist jetzt hier? Hier ist doch ein Fragezeichen, ne? Ach, da ist er ja. Ähm, genau. Ich weiß halt nicht genau. Pionier Asak. Genau. Aslak. Spasselak. Pionier Spasselak. So, da haben wir das. Da kriegen wir Stoff, Leder, Platte, äh, Stoff, Intelligenz. Das ist auf jeden Fall besser. Dann kriegen wir Stoff. Das ist auch jeden Fall besser. Und wir kriegen, jawohl, zack, zack, erst mal beide Sachen hier nehmen. Alle anderen Sachen entzaubern. Voila. Bam, Baby. Und müssen wir jetzt noch weiter, oder sind wir hier fällig? Ich glaube, wir sind hier fällig, ne? Genau, wir sind hier fällig. Wir können hier wieder raus. So, in Stanzgruppe verlassen. Und was wir machen ist, wir machen direkt eine neue. Gruppe finden. Und wir haben doch auch noch, ähm, haben wir nicht auch noch irgendein so ein kleines, so einen kleinen Beutel gekriegt? Da, genau. Ha. Hose. 155, 100. Intelli-Ausdauer, Krit-Tempo. Intelli-Ausdauer, Krit-Tempo. Das ist dieselbe, wa? 12 Tempo. Ne, 16 Tempo hat die eine. 23 Intelli. 35 Ausdauer. 14 Krit, 16 Tempo. Ja, okay, gut. Da, da. 12 Tempo, 16 Tempo. Dann werden wir die natürlich mal, die mit 12 Tempo werden wir entzaubern. Und dann gucke ich mal kurz in der Zwischenzeit. Was kann ich denn hier? Froststoffballen kann ich noch alle erstellen. Magie erfüllte Netherstoffballen. Machen wir hier mal alle Netherstoffballen. Geh mal an. Ich hau mal alles weg. Und Magie erfüllte Netherstoffballen. Arcana Staub habe ich ja auch nicht mehr so viel, ne? Puh. Zauberfeuerstofftasche. Ne, Zauberfeuer... Doch. Mundstofftasche. Okay. Netherstofftasche kann ich drei machen. Frostgewirkte Robe. Da komme ich vielleicht noch ein bisschen mit hoch. Frostgewirk... Oh, fucking ey. Frostgewirkter Gürtel. Was ist denn mit meinem Gürtel? 138. Intelli, 20 Intelli, 16 Ausdauer, 4 Willi-Kraft. Aber da kriege ich vier mehr mit, ne? Ich sammle jetzt noch mal ein bisschen. Frostgewirkte Handschuhe. Fälligkeit wird erhöht. Frostgewirkte Stiefel. Ja, ich mache erst noch mal hier, äh, Dings so, ne? Hm. Wie weit? Äh, wo ist denn hier das Frage... Wo ist denn hier das Fragezeichen? Ist der unten? Ich glaube, der ist unten. Da ist doch irgendwo noch ein Fragezeichen. Wart mal. Da ist doch irgendwo noch ein Fragezeichen. Ich glaube, Inselhöhle selbst, ne? Oder? Ne, hier. Hier, hier, hier ist noch ein Fragezeichen. Kann ich euch helfen? Jawohl, meldet euch bei Lord Afrasastraz. Ihr müsst Runkelruge sein. Die Königin hat mir gesagt, erst ihr kommen würdet. Jawohl. Und möchte, dass er auf dem Rücken eines Verteidigers in die Schlacht reitet. Wir nehmen das erstmal an. Und dann ist das erstmal weg. Was ist denn hier jetzt mit unserem Dings? Drei Dudus haben wir. Aber uns fehlt noch ein Heiler und ein Tank. Hm. Weißt du, was werden wir machen? Ah, guck. Da geht's schon los. Also gut. Okay, okay, okay. Es kann losgehen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Bam, Baby. Na, ist das wieder Aziol oder was? Machen wir mal eben kurz eine Kippe an. Hoppala. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Halle, der wird zwungen, ein König. Ach du Scheiße. Ach hier. Oh, Ankerhead. Jo, guten Abend. Hi. Alle da? Dann mache ich eben ein Tischlein, deck dich. Haben sie alle baff? Jo. Haben sie alle baff. Perfekt. Das wird jetzt wahrscheinlich eine kleine, längere Folge werden. Ah, ist schon mal ziemlich geil. Todessplitter ist unser Tank oder was? Jo. Ja, mal gucken, was die hier so können. Bin mal gespannt. Laraviel. Aguilar. Ja, dann macht mal, ihr Lieben. Ich bleib mal im Hintergrund. Und im Hintergrund. What the fuck? Was haben wir hier? Platte brauche ich nicht. Oh, wir sind alle etwas grün. Wir sind von den Grünen. Die Grünen sind unterwegs. What the fuck? Zieh die doch nicht alle hier rum, ey. Alter, das gibt's doch nicht. Wieso weiben wir denn jetzt? Oh. Oh, fuck, ey. Das gibt's doch nicht. Natürlich war wieder einer so richtig blöd nubisch hier. Alter. Schwede, muss ich denn jetzt runter? Äh, wo war denn das nochmal? Hier hinten, ne? Ja. Ach, Leute, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Pisst der da so rum? Kann doch wohl nicht wahr sein. Nee, hier nicht. Hier. Nein. Befindet euch nicht in dieser Instanz. Wo befinden wir uns denn? Hier unten? Ich hoffe, ja. Jo, genau. Die ist es. Ist das ein Dreckshaufen hier, ey? Das gibt's doch gar nicht. Ach so, okay. Was hat er denn gehabt? Kacke, ey. Ich kann nichts wegheilen. Na, super. Äh, man, 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 man. Nee, ne? Oh, fuck, ey. Komm, mach den platt. Mann, 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 Mann. Mann, Mann. Die haben alle... Na, super. Wer hat denn hier wieder rumgefickt, ey? Gibt's ja nicht. Kommt da jetzt noch mal einer? Ja. Mann, Mann, Mann. Die haben кажetä, die ich como tanke... . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, am Ende werden wir alle alleine sein. Das ist nun mal so. Am Ende. Na, das ist das Ende immer. Allein. Das Ende übersteht man nicht mit mehreren. So, haben wir hier den dicken. Kommst mal ran. Na, den kleinen Pisser. Supi. Was haben wir hier? Äh, Kette. 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 Plöp. Okay. Hier haben wir auch alles. Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt können wir hier wieder hoch. Ba, 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 ba. Okay, okay, okay. Habe mal hier dasselbe Spielchen. Frost gesperrt? Was? Bist du Frost gesperrt? What? Bam. Und dann müssen wir noch einmal da hinten rum. Da, 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 da. Ach, jetzt kommt der eine Prinz Taldoram, ne? Ist das, glaube ich, der jetzt kommt? Eure Umrechte werden mir ein Festessen sein. Ich bin nirgends. Na, komm. Komm schon, du kleine Sacksau. Ich bin nirgends. Doch, du bist da. Doch, du bist da. Ich seh dich. Noch immer. Deutsch. Und... Hals, Crit, Tempo, Angriffskraft. Machen wir mal Gier. Bam. Gucken, was hat uns jetzt hier noch erwartet? Boah, ich muss gleich unbedingt retten, weil irgendwie meine Unterbuchse nicht mehr so ganz, äh, auf dem, auf dem neuesten Stand ist, sozusagen. Der gefallene Tempel von Ankit. Können wir hier mal direkt einmal durchhauen. Plümp. Was haben wir jetzt? Stoff, Intelli, Crit, 146 für den Kopf. Bedarf. Okay. Gucken, wo ist das hin? Boah, ich krieg hier aber ganz schön viel Stoff, ey. Krasser Scheiß. Okay. Euer Eindringen wird mit dem Tode bestraft werden. Mhm. Wer von euch ist ergeben. Keiner. Keiner ist ergeben. Keiner ist ergeben. Intelligenz, 150 für den Finger. Bedarf. Okay. Bam, wo ist denn der andere hier? Den anderen, den ich hier aufgehoben hab. Plümp. Das ist ja komisch eigentlich, ne? Wo ist denn der andere, den ich aufgehoben hab? Den hab ich doch vorhin auch hier als, äh, Bedarf angewählt. Finde ich ja jetzt schon ein bisschen dreist, dass ich den nicht gekriegt hab. Als Stoffi. Level 74, sehr cool. Hau'n wir nochmal neu drauf. Hau'n wir die mal alle platt. Hau'n wir mal. Der Herold. Kein Noob, ey. Leder. Hier. Äh, da. Haben wir den Seher. Bam. Was? Wieso weiter? Abbrechen, warum, wie, wie, was? Habe ich hier irgendwas verloren? Habe ich hier irgendwas vergessen? Ich glaube, ja. Äh, warte. Ja, okay. Prinz Thaldaram getötet. Rückeroberung, okay, alles klar. Aber das werde ich dann mal in der nächsten Folge machen. Ich werde mich jetzt hier mal raus teleportieren. Äh, Instanzgruppe verlassen. Und das war für heute unsere Mega-Folge. Hier mal mit dem, ähm, Dings. Ich gehe mal hier gerade ein bisschen was verkaufen. Seid gegrüßt. Ah, doch. Wir haben den Kopf doch gekriegt. Sehr gut. Hier haben wir auch noch was gekriegt. So, warte. Wir haben den Kopf gekriegt. 14er Rüstung. Und der ist 14er. 32 Intelli. 21 Trefferwertung. 32 Intelli, 21 Grit. Aber der hat Tempo mit dabei, ne? 138, der hat 146, okay. Und der hat 150. 17 Intelli, 19 Ausdauer. 12 Intelli, 18 Ausdauer. Willi-Kraft. Ja, komm mal, machen wir mal so. Und dann, äh, werden wir die zwei mal entzaubern. Die zwei kleineren. Kriegen ja auch wieder besseres Zeug. So ist halt ja nicht. So, und dann können wir nämlich den hier noch. Da haben wir noch mal die Gamaschen. 16 Tempo. 17 Tempo. 14 Grit, 16 Tempo. 12, ja. Ne, nehmen wir die, die, äh, andere. Das andere Tempo nehmen wir. Super, jetzt saufen wir uns noch mal. 4. Bis wir anfangen zu kotzen. Sehr schön. Und legen dann das hier rein. Und das legen wir hier rein. Ach so. So, so viele brauchen wir gar nicht, ne? Braucht gar nicht 500 Dinger. Ja, und was braucht man noch? Zauber. Materialfaden, Froststoffballen können wir noch mal machen. Ja, und dann sag ich mal für heute Tschüss. Das war jetzt heute eine etwas längere Folge. Ne 2-Dungeon-Folge sozusagen. Ne? Ne Waschstofftasche. Okay. Also bis dahin, äh, wir kotzen jetzt gleich mal kurz ne Runde. Mir ist ein bisschen schwindelig. Also bis dahin. Tschaui, bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Vielen Dank.